Ich war schon immer von der Art und Weise, wie Tiere kommunizieren, fasziniert. Unsere Katzen nutzen unsichtbare Botenstoffe, um miteinander zu kommunizieren, die auch Pheromone genannt werden. Diese Botenstoffe bestehen aus kleinen Elementen, vergleichbar mit Tönen, die eine Melodie bilden. Und wie eine sanfte Melodie haben einige dieser Pheromone einen beruhigenden Effekt. Dadurch können wir bestimmte Anzeichen von Stress kontrollieren, wie zum Beispiel unerwünschtes Harnmarkieren, Kratzen oder Ängste, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Mit Feliway Classic wissen wir seit Jahren, wie man diese einfache und natürlich beruhigende Botschaft wiedergeben kann. Dank Bioengineering haben wir nun sehr genau verstanden und aufgezeichnet, wie Katzen diese Pheromone wahrnehmen. So konnten wir eine passende Melodie komponieren, eine Botschaft, die komplexer ist und noch besser wahrgenommen wird. Es ist der Pheromonkomplex der nächsten Generation, Feliway Optimum. Bislang haben wir ein Produkt, das einzelnen beruhigenden Tönen gleicht. Heute können wir dank Feliway Optimum eine komplexe Melodie komponieren, eine entspannende Botschaft, die unseren Katzen Gelassenheit vermittelt. Feliway Optimum – für ein glückliches und entspanntes Zusammenleben in der Familie.